So Leute, es geht weiter. Und ja, jetzt laufen wir mal hier irgendwie rum. Neustadt, das sieht irgendwie nicht so aus. Okay, los, laufen. Und dann brauche ich Waffen, damit ich schießen kann. Egal. Oha. Aha. Altstadt. Auf zur Altstadt. Oh, Gemüse. Das ist aber kein guter Punkt, um Dinge zu verkaufen. Hier läuft doch kein Schwein lang. Egal. Ja, jetzt laufen wir hier. Benehmen, okay. Ja, ja, ja. Aufmerksamkeit. Egal. Mann, auf zur Altstadt. Hallo, bisschen Sprinten. Oh, was ist denn das da für ein Schild? Keine Waffen. Finde ich nicht so schön. Nein. Okay. Ich möchte Waffen haben. So. Kein Eintritt. Okay. Sie haben wohl die Straße abgesperrt. Ich schaue mal, was ich machen will. Ja. Ihr bleibt hier. Hä, sie kann arabisch oder türkisch oder was auch immer die da sprechen. Tja. Hey, wir versuchen es hier. Ich kenne einen anderen Weg. Ja. Boah. Boah. So vollkommen in schwarz gekleidet. Nun ja. Boah. Ey, das ist ja brutal. Ist das nicht irgendwie richtig heiß, wenn man so den ganzen Tag in einer prallen Sonne damit rumläuft? Okay. Nun ja. Spricht Arabisch. Okay. So. Da, da, da. Treppen steigen. Und jetzt sind wir hoffentlich bald bei der A. Leiter. Finde ich schon mal gut. Auf nach oben. Ach, guck euch mal das Wasser an. Das haben die auch ziemlich gut gemacht. Egal. Ja. Schön hochklettern. Ja. Anscheinend kommen wir hier auch nicht durch. Doch. Ja. Ich weiß, dass wir einen anderen Weg finden müssen. Ich muss noch einen anderen Weg geben. Ach ja. So. Dann. Bei euch alles klar? Ja. Hier durch. Ist ja interessant. Wo man überall hinkommt. Ach komm. Das ist eine Abkürzung. Schon okay. Ach so. Ich warte mal auf die. Okay. So. Ah. Hier geht's nochmal zu einem Dachgarten. Oder wie man das auch nennt. Oder auch nicht. Na, Leiter. Na los. Kletter einfach mal da. Hoch. Ah. Wir sind schon ganz in der Nähe. Oh, die Sonne. Schön, schön, schön. Jetzt müssen wir irgendwie runter, ne? Das kann, glaube ich, ein bisschen problematisch werden. Hm. Okay, da. Da unten. Da unten. Diese Gebäude waren schon hunderte Jahre alt, als Francis Drake lebte. Ja. Schön. Schlecht. Was ist denn da unten? Hey. Herbert. Wer? Er hat Cutters Notizbuch. Was? Halt, was? Charlie Cutter? Keine Zeit. Charlie Cutter? Charlie kann alles erklären. Moment mal. Ja. Jetzt brauche ich erstmal dieses Notizbuch. Ah. Na los. Dring ihn um. Und zack. Ja, ja, ja. So. Runter. Ach. Okay. Oh nein. Ich verliere ihn. Ich verliere ihn. Ich verliere ihn. Na los. So. Wo ist er jetzt lang gelaufen? Okay. Es gibt nur einen Weg. Ähm. Wow. Oh. Schock. Verdammt. Alter. Dann mal los. Alter. Alter. Schock. Aber richtig extrem. Oh. Ich kann euch alle hier K.O. K.O. schlagen. Zack. Damn. Eier ist schon mal K.O. Und der nächste ist K.O. Und da ist der letzte. Zack. Ist er down. K.O. schockt. Ja. Zack. So. Klapp doch wie ihr euch schmiert. Na komm. Wo ist er? Wo ist er? Zack. Oh. 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 Ey. Nee. 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 So wie du. So ein Panzerschrank. Oder was? Ich hoffe. Na komm. Schlag ihn. Mann ey. Wieso halten die denn immer so viel aus? Ja. Tu mal nicht so. Na komm. Schlag ihn zusammen. Oh Gott. Oh Gott. Schlag ihn doch. Mann. Ich hab ihn jetzt schon zweimal in die Eier getreten. Und er ist aber noch nicht down. Oh. Jetzt ist er tot. Oder K.O. So. Da ist der nächste. Mann. 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 Haben die viele Leute. Unmensch. Schläger. Los. Okay. Okay. Ah. Schön. 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 Oh. Und zack. Noch einer down. Ah. Jetzt könnte ich endlich hier weiterlaufen. Wie viel waren das jetzt? Ach. Sagen wir mal. Zehn. So. Da da da. Sprinte. Mann. Mann. So. Na los. Lauf. 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 Ach. Die werden uns sicherlich nicht finden. Oder der lauert wieder hinter irgendeiner Ecke. Das wäre natürlich gemein. Ne. So. Wenigstens haben wir das Notizbuch von diesem Cutter. mit dem Ganzen zu tun. Er hat uns bei der Sache geholfen. Einen Moment hat. Ist er tot? War's Chloe auch? Ja. Aber sie stiegen aus, als Cutter sich das Bein brach. Ja. Er brach sich das Bein? Ja. Zum Glück hat er sich bei dem. Stört sich das Krimmick aber noch. Ihm geht's gut. Sie wird so mit Informationen zugeballert. Okay. Dann sagt mir jetzt endlich mal. Sie weiß gar nicht, was Sache ist. Äh. Äh. Das. Okay. Das ist schön. So ein geiler Zufall. Ein Brunnen. Das sieht irgendwie aus wie ein Brunnen. Ich wette, das ist ein Brunnen, oder? Oh. Wirklich beeindruckend. Ach ja. Ist doch schön. Oder Ausrüstung bringen mich da keine Zehnpferde runter. Hm. Frag doch den Teppichhändler von eben. Ne. Ich meine, knarren Waffen. Er ist doch gar kein Teppichhändler. Dann? Ha 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 ha. Interessant. Ich wusste doch, hier kommt man irgendwie an Waffen. Ja. Pass aber auf die Waffe. Ach. Finde ich schön. Ja. Und jetzt kommt er nicht mehr zurück. Im Ernst, Ben, warum sagst du mir nicht die Wahrheit? Die Kerle sind nicht wegen historischer Forschung hier und du auch nicht. Hä? Es geht um diese Marlow. Habe ich recht? Ja. Aber. Aber. Super. Zu einem Loch in der Erde. Zu einem Loch in der Erde. Auch eine geile Bezeichnung. Komm, gib es zu. Du liebst das hier genauso sehr wie ich. Eiskalt. Nicht mehr. Wirklich? Na gut, dann. Wie wärs, wenn du einfach gehst? Ich? Ich? Soll gehen? Haha. Echt lustig. Schrot finden? Ich will eine AK. Ich will eine Pistole. Ich will... Ah, irgendwas, äh... Dann helfen mir jetzt mal. Na egal. Schrot finden. Und ich hab gar keine Waffe. Super! Richtig schön. Was? Nichts, es wird lang und hart. Wollen wir? Okay, Jungs. Geheim, ein Geist, du wachst. So, ich will jetzt erstmal hier die Leiter benutzen. Wieder keine Antwort. Boah. Mal schauen, was da unten so ist. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Und... Na los. Runter! Runter! Kommt runter! Hm. Sehr interessant. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier so alles vorfinden. Ah! Ah, nicht reinfassen. Also... Ich würde ja nicht einfach mal so reinfassen. Wer weiß, was da drin so lauert. Nein, 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 es ist mitten in der Rubal-Kali-Wüste. Hier erfährt man nur, wo man es findet. Mann! Ja, muss ich jetzt hier irgendwie... Oh, was ist das denn? Hallo? Ich dachte schon, er bekommt da nichts mehr raus. Dieser Ort. Ja, super! Schön! Und ich möchte meinen Notizbau öffnen. Joa! So, jetzt gucken wir uns das mal an. Was haben wir denn da? Ich habe die gleichen Säule. Ja. Francis Drake hat das aufgezeichnet, als er hier unten war. Steht da, wie wir den Eingang finden? Ziemlich kryptisch. Da müssen wir schon hin. Da, da, da. Löcher sind wohl wichtig. Ich wette, wir müssen den richtigen finden. Ähm. Ja, schaffen wir schon hier. Es muss noch einen Hinweis geben. Schaut euch um. Wir übersehen etwas. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Nee, nee, nee. Mann. Ha. Okay, ich brauche irgendwie hier eine Säule. Mann! Aha. Ich... denke. Ach, halt dein Maul. Alter, Sack. Wow, wow, wow. Igitt, 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 igitt. Ich hasse Spinnen. Ich hasse sie. Na, noch eine Spinne. Hallo! Ich habe doch gewusst. Irgendwas ranziges. Und das letzte Teil. Hey, steck mich da nah. Zu spät. Geht. Ich werde irgendwie... ...betatscht von irgendein solchen Spinnen. So, was hast denn du gefunden, du alter Sack? Das ist hinarisch. Das ist bestimmt von Drake. Von Drake. Kannst du den Schlüsseln? Ja, ich versuch's. Ja, versuch's mal. Nein, Mann. Ach, lass mich in Ruhe. Äh, okay. So, dann suchen wir mal hier was. Okay. Entschlüsseln. Wie soll ich das jetzt entschlüsseln? Ich meine, ich kann so eine Sprache nicht. Hä? Was soll ich damit jetzt bitte anfangen? Hä? Was soll ich damit anfangen? Ja? Ich weiß es nicht. Mann, ich kann es nicht entschlüsseln. Oder? Ja, kann ich es entschlüsseln? Hm. Um... Ach so, pf. Ja, okay. Einfach näher rangehen. Hm. Ja, Mann.